Sie können in Excel auch Zellen durchsuchen, deren Inhalt genauso formatiert ist wie die aktive Zelle. In der Beispieltabelle sind die für die Auswertung wichtigen Ergebnisse fett und kursiv formatiert. Um die wichtigen Ergebnisse schnell überschlagen zu können, soll nach Zellen mit dieser Formatierung gesucht werden. Wählen Sie im Register Start, Suchen und Auswählen, Suchen. Falls im Dialogfeld der zuletzt gesuchte Suchbegriff angezeigt wird, entfernen Sie diesen aus dem Feld Suchen nach. Vergrößern Sie das Dialogfeld mithilfe der Schaltfläche Optionen. Aktivieren Sie den Listenfeld neben der Schaltfläche Format und wählen Sie den Eintrag Format von Zelle wählen. Excel blendet das Dialogfeld automatisch aus, damit Sie Gelegenheit haben, die Zelle auszuwählen, die im gesuchten Format gestaltet ist. Klicken Sie auf die Zelle, in der die zu vergleichende Formatierung vorhanden ist. Das Dialogfeld wird automatisch wieder eingeblendet und Sie können die Suche nach Vergleichszellen mit Weitersuchen starten. Entfernen Sie anschließend wieder, wie im letzten Video gezeigt, die noch eingestellten Suchoptionen im Dialogfeld Suchen untersetzen. Sowjetzell 8 001 4 002 5 001 6 001 6 003 5 001 6 001 7 002 8 003 7 003 9 003 9 003 8 003 9 003 10 9 10 10